moin moin und herzlich willkommen zu da ist der tabletop show hier auf youtube mein name ist gregor und ich mache heute weiter mit warcry wir hatten ja letztens erst das thema hörner das haschut als eine der neuen warcry banden erschienen jetzt mit dem mit der neuen zwei spieler box und in der box sind natürlich nicht nur die hörner das haschut drin gewesen sondern da ist auch noch eine zweite bande drin und zwar das faulsumpf credo das faulsumpf credo ist im gegensatz zu den hörnern des haschut die ja tatsächlich haschut als gott der chaos zwerge folgen sind ist das credo eigentlich eine nörgelbande sie selber sehen sich nicht als kriegsbande offiziell in der gefolgschaft nörgels aber das liegt primär daran dass sie nörgel unter einem anderen namen verehren und das nur bis zu einem gewissen grad freiwillig dafür müssen wir ein bisschen tiefer eindringen in die geschichte des faulsumpf credos denn die dass das credo stammt eigentlich aus excelsis also einer der der sigmariten städte einem sind dieser cities of sigma neugründungen und ist in seinen ursprüngen eigentlich ein alchemisten orten gewesen tatsächlich ein alchemisten orten mit sehr sehr positiven absichten wollte nörgel bekämpfen wollte dieses problem tod und krankheiten und dieses damit verbundene leiden von dem natürlich auch die cities of sigma betroffen sind das wollten die ursprünglichen vorfahren des credos eigentlich ausrotten und bekämpfen und haben angefangen forschungen anzustellen haben angefangen zu experimentieren und bei diesen experimenten haben sie angefangen zu weit zu gehen sie haben immer mehr rote linien überschritten sie haben angefangen unfreiwillige testsubjekte zu beschaffen irgendwelche armen menschen auf der straße zu entführen und an diesen opfern experimente durchzuführen mit krankheiten mit seuchen da wurden menschen bei lebendigem leibe seziert um zu gucken wie sozusagen der mensch funktioniert solange er noch nicht tot ist und das haben sie ihm gar nicht so lange geheim gehalten können sie sind sehr schnell sehr unvorsichtig geworden weil dieser forscherdrang den sie empfunden haben so stark war und jetzt könnte man ja sagen komplett selber schuld und das stimmt zum teil natürlich weil sie diese grenzen bewusst überschreiten aber das liegt auch daran dass nörgle auf sie aufmerksam geworden ist denn ihr zweck solchen auszurotten dieses größere ziel und diesen trank der unsterblichkeit zu erschaffen von dem sie sozusagen als höheres ziel geträumt haben widerspricht natürlich vollkommen dem wofür nörgle steht und das was nörgle will dieses verbreiten von solchen nicht zwingend tot aber sozusagen dieses langfristige leiden was einfach zu nörgle gehört eine gruppierung die das komplett aus der welt schaffen will und auch nicht gewillt es zu akzeptieren dass das vielleicht auch so ein stückchen zur existenz dazugehört das ist etwas das hat nörgle für seine verhältnisse verärgert und er hat angefangen den urvätern des vorsumpf kredos visionen in ihren träumen zu schicken also wirkliche schreckens visionen davon wie die welt aussehen würde wenn nörgle die komplette kontrolle hat bilder von von großen dämonen des nörgle von nörgling horten von praktischen gesamten dämonen volk oder seinen dämonen untergebenen und das hat die diese alchemisten zu immer extremeren experimenten getrieben zu extremeren versuchen einfach aus diesem willen heraus das ganze zu verhindern und ihnen wird es damit gar nicht klar gewesen damit dass sie genau tun was nörgle möchte dass sie damit ihre eigenen moralischen grenzen schon lange hinter sich gelassen haben und das sind natürlich auch die moralischen grenzen hinter sich lassen die sigma und praktische seine ordnung den menschen auferlegt natürlich fliegt die nummer irgendwann auf die heck nicht unbedingt hexenjäger aber tatsächlich die priesterschaft des sigmas und die entsprechenden autoritäten gerade der stadt excelsis fangen an jagd auf diese alchemisten zu machen sie müssen fliehen einige werden erwischt und hingerichtet andere sind sehr lange auf der flucht und schaffen es irgendwann in ein sumpfgebiet zu entkommen nämlich eben den faulsumpf und sich dort zu verstecken sie selber sind zu dem zeitpunkt eigentlich faktisch längst wahnsinnig sie sind vollkommen verloren in dieser vision die sie eigentlich haben vermischt mit dem was nörgle ihnen geschickt hat und sie sind eigentlich nicht mehr in der lage zu unterscheiden was dient ihm ihrem ursprünglichen zweck und was tun sie um eigentlich diesen gott der sich da ihnen stück weit offenbart hat ja zur ruhe zu beruhigen oder zufriedenzustellen damit er eben diese visionen die sie haben nicht wahrheit werden lässt und das bedeutet sie fangen an selber mit krankheiten zu experimentieren dieser faulsumpf in denen sie sich zurückgezogen haben ist zutiefst lebensfeindlich jede menge giftige kreaturen giftige pflanzen verfall und verwesung und das faulsumpf credo beginnt götzen statuen für meister egel zu erschaffen meister egel ist praktisch das was wir als nörgle kennen das ist die bezeichnung die das credo für für diese gottheit hat und sie errichten statuen und götzen des verfalls für ihn aus verwesenem fleisch teilweise noch lebenden opfern krankheitserregern bzw krankheitsträgern die sie irgendwo im faulsumpf auftreiben sie ziehen gräben um diese götzen statuen die sich mit ja sozusagen den sekreten des verfalls füllen und sie locken regelmäßig opfer in die falle die entweder unfreiwillig oder weil sie glauben darüber strecken abkürzen zu können versuchen den faulsumpf zu durchqueren selbst die auserwählten sigmas schaffen es nicht diesen sumpf unter kontrolle zu kriegen wer entkommt erzählt schreckensgeschichten von diesem sumpf und dann das dauert recht lange genau definiert wie lange ist es aber nicht kriegen die die ältesten die sogenannten welkfürsten des credos neue visionen geschickt und zwar kriegen sie neue visionen geschickt vom knallgut also diesem setting jetzt der neuen war cry box ist der neuen szenerie in der sie diesen wald sehen der vor leben nur so sprießt der in einem tempo auch vor leben sprießt wie sie das nicht kennen es werden in visionen von talaxis gezeigt aus diesem ort mitten im knallgut und sie verstehen dass diese geomantischen maschinen wichtig sind und sie glauben wenn sie es schaffen diese geomantischen maschinen zu sabotieren und sie im weitesten sinne krank zu machen dass sie dann dafür sorgen können dass sich die funktion dieser maschinen umkehrt in dem sinne wie das credo es sich vorstellt dass sie in maschinen anfangen verunreinigung auszuspucken krankheiten auszuspucken und praktisch diesen am ende des tages sehr lebendigen und sehr prosperierenden ort knallgut ja in etwas verwandeln was er dem faulsumpf entspricht einem ort der krankheiten des verfalls und eben auch der möglichkeit diesen effekt auszudehnen über das gesamte reich und gar nicht mal aus einem eigennutz des credos heraus weil die sagen nicht so ey wir wollten jetzt herrschen und wir möchten die großen champions und snurgles sein sondern sie glauben immer noch dass sie mit ihren experimenten und dem was sie tun irgendwann diesen trank des lebens oder diesen trank der unsterblichkeit finden werden der dafür sorgt dass sie mit all diesen krankheiten die sie mit sich rumtragen all diesem leiden was sie mit sich rumtragen und sterblich werden und ihnen all das nichts mehr schaden kann und sie damit in anführungsstrichen gut leben können und sich daran gewöhnen natürlich ist das eine illusion denn nörgel hat seinen spaß daran ihnen diese hoffnung zu lassen sie nie komplett wegzunehmen und sich einfach anzuschauen wie diese eigentlichen gegner seiner selbst mittlerweile zu treuen und erfolgreichen anhänger des solchen gottes werden und geworden sind und damit dafür sorgen dass das was sie erreichen wollten ins gegenteil verkehrt wird dann trifft dieses faulsumpf credo im knalwut unter anderem auf die hörner das herrschut das credo will ja nicht im engeren sinne vernichten oder zerstören sie wollen den den wald erhalten aber sie wollen ihn halt auf eine art verändern dass er immer noch prosperiert aber prosperiert im sinne nörgelt das bedeutet sie wollen nicht wie die hörner diesen wald niederreißen abbrennen und in ein ödland verwandeln sie möchten schon dass dort alles mögliche lebt und kreucht und fleucht aber immer durchzogen mit den solchen nörgels oder wie sie ihn nennen meister egel ich bin gespannt wie sie das ganze ausbauen ich meine beide fraktionen sowohl die hörner als auch jetzt das credo bieten viel raum für den ausbau ihrer geschichten sie haben tatsächlich deutlich mehr lore für sich bekommen als dass die chaos krieger banden auch aus der ersten war cry zwei spieler box und aus der praktisch ersten release serie an banden bekommen haben ich hoffe games workshop baut das aktiv aus macht da mehr draus gerade dieses skirmish setting von war cry bietet da eigentlich genug weiße leinwand um geschichten zu erzählen und da viel draus zu machen ich hoffe sie tun das weil mir war cry mehr und mehr zusagt neben dem eigentlichen großen age of sigma diesen kleinen banden diesen sehr individuellen einheiten und figuren ja spielerisch viel zu erzählen spielt ihr aktiv war cry habt ihr euch diese neue box geholt sind die kultisten vom faus und credo für euch eine interessante fraktion sowohl spielerisch als auch jetzt narrativ basierend auf dem was ich euch hier gerade erzählt habe ich freue mich über rückmeldung ich werde glaube ich noch mal ein gesondertes video zum setting dieser aktuellen war cry box machen also diesem ort und worum es sich dabei dreht und games workshop hat schon angekündigt das ist weitere banden jetzt auch für die sozusagen die neue edition kann man es nicht nennen aber sozusagen die neue release welle geben wird es wird auf jeden fall eine bande mit einem chaos zentaurin geben da haben sie bilder auch schon angeteasert und wir gucken mal was games workshop aus diesem setting macht wie gut sie sich da rein finden geschichten mitzuerzählen wie viel auch tatsächlich irgendwie vielleicht an neuen romanen kommt und was da eine erweiterung kommt um dieses spannende spiel auch inhaltlich weiterzuentwickeln ich bedanke mich bei euch fürs zuhören sage tschüss und bis zum nächsten mal du möchtest die tabletop show da ist zu borten und gleichzeitig dein auftreten am spieltisch pimpen mit dem da ist merchandise kein problem du steigst beim kauf von shirts und spielutensilien nicht nur in den style olymp auf du unterstützt damit auch da ist und hilfst dabei mit tabletop great again zu machen also zeigt einen mitspielern wo der da ist hängt und lege das schwarz an